Also, wenn es nach mir ging, hätte ich schon mindestens... Du bist mal ruhig Hans. Ich glaube, ich gehöre etwas. Du, das ist das Feuerwehrhorn. Ja du, es kommt immer näher. Du Hans, es brennt noch nicht. Ja ja, und zwar ganz in der Nähe. Komm Gobi, wir gehen schauen. Nein, wir gehen nicht schauen, wir gehen helfen. Helfen? Ja gut, aber wie? Wir nehmen unsere beiden Wasserkübel und gehen löschen. Und was passiert dann mit deinen Fischen? Ah, die gehe ich wieder ins See zurück. So, komm mit ihr Fischli. Hau jetzt! Hopp! So, und jetzt den Kübel wieder mit Wasser füllen. So, und jetzt ab wie eine Feuerwehr!